Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kajaktouring. Heute starten wir eine Tour auf der Ostsee. Die Strecke verläuft von Niendorf entlang des Bodner Steilufers über Travemünde, Travemünder Hafen, Priwall und zurück zum Niendorfer Hafen. Den und ich haben unsere Autos auf den Niendorfer Vogelparkplatz geparkt. Von dort aus sind wir dann Richtung Rundestraße 76 und dann weiter durch die Hafenstraße, Sandstraße, im Hafen und anschließend rechts am Restaurant Rondeboos vorbei und dann zum Strand. Der Weg vom Parkplatz zum Strand ist ca. 800 Meter. Und was ganz wichtig ist, den Umtragewagen nicht vergessen. Mit dem Wetter hatten wir viel Glück und die Ostsee lag ruhig. In Travemünde war sehr viel Schiffsverkehr. Und das Beste, ich durfte zum ersten Mal den berühmten Travemünder Delfin live und mit eigenen Augen bewundern. Zum Glück konnte ich diesen Moment mit der GoPro festhalten. Zum Glück haben wir ein Musik Mal ein bisschen raus aus der Badezine Aber gut zu beobachten An der Wunsch klopfen wir ja gar kein Tor Nö Nö Untertitelung. BR 2018 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 Ja, genau. 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 Ja, der Delfin. Hast du gesehen? Jetzt wird Sarah richtig kotzen. Ja, genau. 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 Ja. Ich hoffe nicht. Das war's für heute. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh my god! Am Prieber Strand haben wir eine kleine Pause von zwei Stunden gemacht. Es war so schön das Wetter und das Meer zu genießen, dass keiner aus seinem Stuhl wollte. Musik ein paar Kontinenten zu kommen Der fährt aber dicht dran. Das ist aber echt süß, ey. Alter Schwede, das ist echt nicht viel. Ich würde sagen, das sind unter 10 Meter. Wir fahren jetzt wieder an den Bojen lang hier. Wir fahren jetzt wieder an den RKC. Wir fahren jetzt an den RKC. Wir fahren jetzt an den RKC. Oh, das fühlen wir jetzt nicht. Ja, gut. Wer fährt den Ball? Da wollen wir alle nicht. Danke! So von der Tausung auf die Tausung, der damit auskommt, kommt natürlich noch auf den Motor dann wieder an, Ausstattung. So, an dem Steg steigen wir mal aus. So, an dem Steg steigen. So, an dem Steg steigen. So, an dem Steg steigen wir mal aus. So, an dem Steg steigen. So, die in die zwei Steg steigen. So, an der Tausung auf die Tausung. Musik Ah, lass uns ein bisschen Luft.